Hey da drin, hier sind wieder Strong & Flex von Strong & Flex und heute geht es ums heikle Thema, vor allem in der aktuellen Situation, Survival of the fittest. So, wir wollen ja hier keineswegs jemandem die gute Laune verhageln, ganz im Gegenteil, deswegen erst die wichtigen Sachen. Das hier ist unsere Gute-Laune-Frühlings-Kollektion, Auenlandgrün und Fliederlila. Du sitzt fälschlicherweise auf Prinzessin in Pink, aber das passt zu mir. Unter Ermangelung eines zweiten Fliederlila-Pillows, das geht jetzt am Wochenende los, gehen wir 20% auf diese Farben und wollen euch ein bisschen gute Laune ins vielleicht triste Zuhause senden oder zumindest euch es ermöglichen, dass dies etwas günstiger vonstatten gehen kann. Denn Survival of the fittest ist ja möglicherweise ein Thema, was nicht bei jedem jetzt direkt gute Laune auslöst. Ja, was auch mal schnell in den falschen Hals kommen kann und dann Bauchschmerzen verursacht. Genau, nachdem man es runtergeschluckt hat. Ja, also Survival of the fittest ist natürlich nicht unsere Idee und ist ja noch nicht mal Charles Darwins Idee, diese Evolutionstheorie, sondern es ist halt einfach nur mal, wie der Hase läuft. Und über eine ganz, ganz lange Zeit, über tausende von Jahren war bei Survival of the fittest ja der Körper doch bis zu einem gewissen Grad dominant. Wobei es ja auch immer was mit dem Geiste zu tun hatte. Ich würde sagen, in den letzten 100 Jahren war dann eher der Geist dominant. So spätestens seit der Industrialisierung waren so fette Muskeln nicht mehr so wichtig. Und jetzt ist die Gesundheit auf einmal wieder doch eine gute Scheibe wichtiger und alle sagen, bleib gesund. Und es ist zumindest mal in aller Munde die Taten, finde ich, lassen noch ein bisschen zum Wünschen übrig. Aber wir wollten es einfach auch nochmal aufgreifen, dass das Thema, weil wir natürlich schon ganz lange darauf hingewiesen haben, auf den miserablen Gesundheitszustand, den wir da draußen haben, die 375 Milliarden Euro Gesundheitskosten im letzten Jahr, das haben wir mal in einem Video dargelegt, die haben sich jetzt weitestgehend in Rückenschmerzen und solchen Themen geäußert. Und ja gut, Rückenschmerzen sind echt scheiße, will niemand haben, macht gar keinen Spaß, aber ist natürlich jetzt nicht mal direkt lebensbedrohlich. Und jetzt haben wir die Situation, dass wenn dein Immunsystem schwach ist und du ein Problem mit deinem Herz-Kreislauf-System hast, dass dir das jetzt möglicherweise um die Ohren fliegt. Und deshalb wollen wir eigentlich nochmal so einen kleinen Motivationsaufruf machen, dich mehr zu bewegen, also die Krise nutzen als Katalysator für positive Entwicklungen. Denn wir hören jetzt eigentlich auch von unseren Schülern, die wir online sehen und Einzeltrainings dürfen wir auch offline geben, eher Gegenteiliges, was die Bewegung angeht. Ja, gerade ist ja eher die häusliche Isolation angesagt. Das bedeutet aber allerdings auch, wenn du im Homeoffice bist, ist der Weg ziemlich kurz zum Drucker und zum Kühlschrank. Normalerweise wärst du vielleicht noch auf dem Weg zur Arbeit, hättest wenigstens ein paar Schritte mindestens zum Auto gemacht, mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren, dann wenigstens zum Aufzug. Und vielleicht noch von Büro zu Büro, um den einen oder anderen Kollegen mal kurz zu sprechen und was abzusprechen. Jetzt funktioniert das über den Skype-Call. Also die Tendenz, dass es bisher ja schon weniger Bewegung im Alltag wurde, finden wir jetzt auf einmal nochmal niedriger vor. Weil diese ganzen kleinen Schritte, die du sonst im Alltag hattest, auch auf jeden Fall mal wegfallen. Und das ist ja ein Problem. Vorhin hat sich dieses Problem in Rückenschmerzen geäußert. Was im Übrigen jetzt auch nochmal heftigst tut, was dem einen oder anderen immer noch so wehtut, das andere Problem ist aber, wenn du jetzt halt tatsächlich nicht ein starkes Immunsystem hast und du aber auch nicht die richtigen Dinge tust, wie zum Beispiel dich um dein Herz-Kreislauf-System zu kümmern, auch mal rauszugehen und diese Schrittzahl dir wiederzuholen, dein respiratorisches System, also deine Atemwege auch mal ordentlich versorgst, ja, dann wird es auf jeden Fall mit der Entwicklung deutlich schwieriger. Und das ist das, was wir gerade sehen. Die Leute sind viel im Homeoffice, klar, verstehen wir, viel im Homeoffice, aber es ist deutlich weniger Bewegung. Also es ist das, was mir in der Diskussion halt einfach auch ganz klar fehlt, wenn jetzt unser Gesundheitsminister sich hinstellt, die Inhalte. Klar, es ist eine schwierige Zeit, ich möchte nicht an seiner Stelle sein, aber Empfehlungen auszusprechen, das Immunsystem zu stärken und dafür zu sorgen, dass man halt nicht in die Risikogruppe reinrutscht oder möglicherweise dort rauskommt, das fehlt mir ein bisschen. Und diesen Aufruf möchten wir jetzt an dieser Stelle nochmal starten. Wir haben ja das gute Glück, dass wir nicht im kompletten Hausarrest sind, wie in anderen Ländern das der Fall ist. Das heißt, wir kommen raus, es steht jetzt langes Wochenende an, Wetter soll durchwachsen sein, aber so what? Gerade das ist ja das Ding, wenn ich auch mal bei Regen rausgehe und mein Körper ein bisschen mit der Witterung umgehen muss, dass das eben mein Immunsystem stärkt. Und wenn du jetzt auch feststellst, verdammt, die einzige Bewegung, die ich hatte, war der Weg zur Arbeit, was leider für über 60 Prozent der deutschen Bevölkerung tatsächlich zutrifft, die eben keinen Sport macht, von Movement-Praxis reden wir gar nicht, das wissen ja die meisten auch gar nicht, was das überhaupt ist, dann, ja, vielleicht nutze die Zeit, die du jetzt hast und versuch diesen Hebel umzudrehen. Fang jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem crazy Sixpack-Workout an oder so, es wird ja momentan viel angeboten, was einfach an der Stelle extrem unpassend wäre. Unsere Philosophie ist ja seit jeher Bewegung in den Alltag zu holen, weil das eben das größte Volumen ist, ja, anstatt acht Stunden ungesund zu sitzen, was der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung ist, acht Stunden gesund zu sitzen, mit funktionellem Schuhwerk dich fortzubewegen, in einer guten Qualität, ne, barfuß stehen, gehen und laufen, ja, strapazier mal eine Wiese, zieh mal die Schuhe aus. Dann die Hocke, in der ich mich gerade befinde, wir haben ja jetzt seit neuestem Paleo-Vetch, da kann jetzt jeder mit Hilfe von dem Keil und dem Kissen, dem Paleo-Pillow, super hocken, sich die Hocke zurückzuholen. Jeden Morgen vielleicht damit zu beginnen, Spinal-Waves zu machen, die Wirbelsäule durchzumobilisieren. Was habe ich noch vergessen? Das Hängen. Also regelmäßig dich zu entlasten, die Schwerkraft umzukehren und auch mal, ja, dem Körper und der Wirbelsäule ein bisschen Länge geben, eigentlich so einen kleinen Reset, also Hocke und Hängen sind so ein bisschen auch Reset-Positionen für den Körper. Einmal bist du voll eingefaltet, andererseits wirst du komplett auseinandergezogen und solche Dinge in den Alltag zu integrieren, dann wird dein Alltag bewegter und du tust deinem Körper auf jeden Fall schon mal richtig viel Gutes. Ja, wir haben ja hier im Hintergrund auch die Ringe hängen. Das finde ich jetzt auch spannend, dass praktisch kaum eine Klimmzugstange zu bekommen ist, aktuell im Netz. Ich werde mal gucken, wo ich noch was finde, was ich mal verlinken kann. Wir haben uns hier, wir haben jetzt hier auch ein bisschen renoviert und umgebaut. Das hat auch ein bisschen gedauert, es ist noch nicht da, aber auf dem Unterwegsste uns nochmal zwei Klimmzugstationen bestellt. Eher so ein bisschen die Profiecke, also das muss einfach her. Die Möglichkeit dem Körper, vor allem der Wirbelsäule und den Schultern, eine Auszeit von der Schwerkraft geben zu können. Das ist so wertvoll, gehört auch an jeden Arbeitsplatz. Also vielleicht gibt es ja auch so eine New Work, New Work Welle nach Corona, dass man nochmal schaut, wie kann man das Ganze gesünder und cleverer gestalten. Und dann gehört ein Hanging Spot, eine Möglichkeit, sich über Kopf festzuhalten, die Schwerkraft umzukehren, Reset zu machen und du wirst in die Mitte gebracht, so wie in der Hocke als auch im Hängen. Das gehört einfach mit dazu. Und das sind halt einfach die Dinge, du wolltest noch etwas ergänzen? Das sind die einfachen Dinge, die sich super einfach umsetzen lassen. Und das ist ja jetzt auch eine Riesenchance. Selbst wenn du im Homeoffice bist, kannst du dir versuchen, das alles so einigermaßen einzurichten. Okay, ich sitze 45 Minuten relativ dynamisch, wenn ich kann. Ich nehme ja auch ab und zu die Auszeit, stehe ein bisschen auf, arbeite ein bisschen stehen. Ich habe vielleicht sogar die Hanging-Möglichkeit zu Hause. Vielleicht kommen wir ja tatsächlich noch an was ran. Also unterbreche ich auch mal das Stehen und das Sitzen und gehe auf einmal in den Hang. Ich finde auf einmal die tiefe Hocke. Ich fange an, die Wirbelsäule vielleicht morgens und abends mal aufzumobilisieren. Dafür hast du noch nicht mal viel rausgehen müssen. Wenn das dann noch dazukommt, dann wird es ja immer besser. Also da sind auf einmal Riesenpotenziale da, deinen Alltag bewegter zu gestalten. Ja, also das ist jetzt auch die Chance, so etwas zu erkennen, eben aus diesen alten Mustern rauszukommen, aus denen du jetzt gezwungenermaßen jetzt rauskatapultiert worden bist. Und auf der Basis kann man natürlich noch aufbauen. Und da kann man dann noch zusätzlich eine Movement-Praxis etablieren. Mentale Hygiene betreiben ist auch etwas, was wichtig ist. Wir haben ja auch hier ein Sitzmöbel, auf dem man mal eben entspannt in den Meditationssitz und dann zum Beispiel mal in Atem, Entschuldigung, in Atemachtsamkeit gehen kann. Was heißt das? Ich bin meines Atems bewusst, etc. Wir haben Videos dazu. Also nutzt diese Zeit, also das Thema Gesundheit, da muss unbedingt dran gedreht werden. Das kann so nicht so weitergehen. Wenn wir jetzt auch von einer Wirtschaftskrise sprechen, die uns treffen wird, dann ist es hilfreich, wenn wir alle auch dafür sorgen, dass die Gesundheitskosten eben von diesen absurden 375 Milliarden runterfahren und weggehen. Und da muss ich auch noch mal kurz jetzt ins Thema Schule, Bildung und Bewegungserziehung. Letzteres findet nicht statt. Ich habe direkten Zugang zu einem Sportlehrer, nämlich meinem älteren Bruder. Und der wird wohl jetzt erst nach den Sommerferien wieder zum Zuge kommen. Und ich finde das Grund falsch. Ich habe Verständnis dafür, dass es momentan schwierig ist, einen Sportunterricht in der Turnhalle zu veranstalten mit vielen Schülern. Aber wie wäre es denn mit einem Spaziergang durch den Wald? Da kann man den Abstand einhalten und kann mal ein bisschen was über die Natur lernen. Und der Körper ist ja die Natur und sich da wieder ein bisschen verbinden. Wir sind auch da sehr an eurem Feedback und an euren Beiträgen interessiert. Was habt ihr für Ideen? Was hat sich für euch verändert? Was habt ihr festgestellt? Könnt ihr dieses noch weniger an Bewegung auch an euch feststellen? Was sind eure Maßnahmen? Lasst uns da ein bisschen eine Diskussion entstehen lassen. Und lasst uns auch handeln. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, wenn der Bewegungsumfang in den letzten Jahren sowieso runtergegangen ist und jetzt diese Situation kommt und der Bewegungsumfang noch mal weiter nach unten geht, was dann in mittel- bis längerfristig da noch alles aufpoppen wird. Also definitiv gerade eben bei den jungen Leuten, die das jetzt massiv trifft. Thema Schule, Thema Bildung, wann kommen die wieder in die Schule und so weiter. Wir haben uns da null Zeit genommen für Bewegungserziehung. Das heißt immer noch Sport. Es werden immer noch absurde Leistungssportarten durchgezurnt, die wir alle lieben und mögen und Teil der Movement-Welt sind. Aber das ist nicht Schritt eins. Ich muss erstmal meine Wirbelsäule verstehen, bevor ich, keine Ahnung, wie ein Weltmeister irgendwie tone, ohne eine Grundlage zu haben. Also jeder, der den Sportunterricht durchlaufen hat, muss auch kein Genie sein, um festzustellen, dass das irgendwie doch unbedingt überholt werden muss und vor allem auch mehr Volumen braucht. Wir brauchen da mehr. Genauso wie wir jetzt feststellen, wir haben die Digitalisierung verpennt in den Schulen und die Schulen sind weitestgehend nicht handlungsfähig. In dieser Phase haben wir definitiv das Thema Bewegung verpasst. Und ich bin 78 geboren, ohne Handy, auf dem Dorf aufgewachsen, Dorfkind. Ich habe eine ganz andere Grundlage bekommen. Mein Körper hat eine ganz, ganz andere Grundlage bekommen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere Kinder, die eben Zugang zu diesen ganzen teuflischen Werkzeugen haben, nein, die sind natürlich nicht teuflisch, die sind genial, aber wir bergen eben ein großes Risiko, dass wir denen eine Bewegungserziehung zukommen lassen, denn sonst braucht es gar kein Virus in 20 Jahren, in 30 Jahren. Da haben wir die Seuche, die Rücken- und Diabetes-Seuche vom Allerfeinsten. Und das will dann auch keiner bezahlen. Also ja, Survival of the Fitness ist immer eine Kombination zwischen dem mentalen Aspekt und dem körperlichen Aspekt. Und wir müssen das besser miteinander verbinden. Und der mentale Aspekt wird, finde ich, unterschätzt. Der wird unterschätzt. Aber ich meine jetzt dieses, das Thema der Vielwisserei, also dass ich jetzt unglaublich viel Wissen in meine Birne eintrichtern musste, um einen akademischen Grad irgendwie zu erreichen. Und das wird ja auch weniger, weil das nimmt uns die Technik ab. Mein Handy vereint mehrere Doktortitel in sich. Ja, ich muss kurz nachschlagen. Und das setzt Kapazitäten frei, um sich wieder mehr mit der Natur und so mit dem Körper zu verbinden und dann ready zu sein, wenn es hart auf hart kommt. Das war uns nochmal ein Anliegen. Also treffen kannst du jemals. Du bist von nichts gefeit. Aber nutzt doch jetzt die Situation und überdenkt nochmal eure Beziehung zwischen Körper und Geist und tut wirklich was für eure Gesundheit. Weil jetzt sind wir massiv eingeschränkt worden und wir erleben mal, was nicht gesund zu sein unmittelbar für Folgen haben kann. Mal ganz schnell. Nur weil nicht das passende Mittelchen zur Hand ist, mit dem man gegensteuern kann. Ja, ganz genau. Aber sonst ja sehr gerne. Also so eine Ibuprofen gegen den Rücken hat doch immer ganz gut geholfen. Ganz gerne stapaziert wurde. Ja, also wer meint es ja nur gut. Wir werden ja auch nicht müde zu wiederholen. Bloß weil wir uns jetzt mehr bewegen als andere sind wir deswegen keine besseren Menschen. Und natürlich kann es auch uns erwischen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch geringer, weil wir einfach da den Körper mehr pflegen. Natürlich ist es auch unser Beruf. Wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten. Momentan tun wir wie die Wilden vor der Kamera. Das Volumen, unser Volumen ist auf jeden Fall hochgegangen. Da passiert tatsächlich vor der Kamera extrem viel, weil du ja ganz viel vormachen musst. Aber wie gesagt, lasst uns da mal an euren Gedankenteilen haben. Wie können wir die Krise nutzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, unsere Kinder vorzubereiten auf die Zukunft. Und das wäre uns doch ein Anliegen, da nochmal in die Richtung zu steuern und nicht immer nur irgendwelche komischen Ansteckungsfaktoren zu wälzen. Und uns zurückzuziehen und hinter irgendwelchen Masken verstecken, was seinen Sinn hat. Aber der andere Teil, also das ist natürlich... Hat dann auch seinen Sinn. Hat dann auch seinen Sinn. Aber das ist halt, unser Gesundheitssystem ist immer kurativ, kurativ, kurativ. Wir sind seit jeher Verfechter des Präventivansatzes. So, jetzt kannst du ganz ansatzlos einen Daumen nach oben geben für dieses Video. Abonnieren, falls du nicht getan hast. Nach dem Abonnieren Glocke aktivieren. Hier unten kann man noch auf Instagram vorbeischauen. Hier gibt es Zwanza Videos, da verlinken wir nochmal explizit vielleicht mal das Yoga nochmal für den Geist und dann das nette Follow-along-40-Minuten-Workout von dir. Und wie gesagt, 20% auf die gute Laune-Kombi. Flieder-Lila und Auenland-Grün. Und es spinnet nicht nur gute Laune, sondern es ist auch noch gesundes Sitzen. Was willst du mehr? Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.